So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist 16.28 Uhr hier bei mir auf der Uhr. Ich möchte, wie beim letzten Mal auch, kurz nochmal über den Community Day reden, die Ausbeute zeigen. Ihr seht, ich habe auch noch eine halbe Stunde Rauch an. Ich habe doch fünfeinhalb Stunden hier Mega Altaria an. Den hatte ich gemacht. Stufe 3 Mega Entwicklung, um Fee-Typ zu boosten. Toggetik, dass es eben mehr Bonbons gibt. Ja, es gab wieder, also wir haben von 14 bis 15 Uhr gestreamt, waren unterwegs, sind spazieren gegangen im englischen Garten, haben da gespielt. Ihr seht also die Ausbeute aus einer Stunde. Wir mussten danach noch ins Krankenhaus. Wir mussten dann noch zu McDonalds. Wir haben jetzt noch Stress gehabt, sind jetzt gerade erst heimgekommen. Deswegen habe ich hier auch eine super Cola stehen. Die es die ganze Zeit bei den McDonalds-Aktionen immer gab. Wenn ihr jeden Tag euer Ei in der App gesucht habt, gab es ja dann immer eine gratis. Cola, Siro, die eisgekühlt richtig gut schmeckt. Und einen Hamburger habe ich mir mitgenommen, damit man auch mal was zu essen hat. Im Heute-Tab gab es ja wieder Sino-Steine. Ich hoffe, ihr habt alle eure Sino-Steine mitgenommen. Wenn es eine Sino-Entwicklung ist, ist das immer schön von der Yendi gelöst, dass die euch da ein paar Aufgaben geben. Und ihr konntet fünf Sino-Steine mitnehmen, um auch euer Toge-Tick zu Toge-Kiss zu entwickeln. War genial. Genau wie die Spezialforschung wieder für einen Euro empfehle ich jedes Mal. Einmal im Monat gönnt euch halt diesen einen Euro. Für diese Spezialforschung ist bei mir vom Alexander Ahringer. Hat er mir geschenkt gehabt. War auch wieder cool, ein fertiges, entwickeltes Toge-Kiss zu fangen. Wer das nicht gesehen hat, mein Toge-Kiss, was ich bekommen habe, direkt so zu fangen im Fangbildschirm, war dieses hier mit 14, 18. Ihr könnt es kurz nochmal bewerten. Hat 15, 14, 13. 15 erfördert drei Sterne. Das ist eigentlich ganz gut. Und ihr seht schon, hat Kraftreserve hier Aurasphäre. Also Aurasphäre, die Community-Day-Attacke. Dann habe ich einen Shiny ja weiterentwickelt, weil immer eine Aufgabe dabei ist, dass man einen Toge-Tick zu Toge-Kiss entwickeln muss. Also halt die Endstufe von dem jeweiligen Bogemon. Habe ich das höchste Shiny, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, genommen. Das war auch das erste und einzige, was ich bis zu dem Zeitpunkt hatte. Habe also das hier genommen. Kraftreserve, Aurasphäre. Hat auch die Sieder-Attacke, hat aber nur einen Stern. Wie war es allgemein? Wir gucken ja immer. Wer kriegt das erste Shiny, Pupsi oder ich? Diesmal hat Pupsi das erste Shiny bekommen. Zehn Sekunden später habe ich das erste Shiny bei mir bekommen. Also das zweite im Stream. Sie hat dafür das letzte Shiny im Stream bekommen. Hatte zwischendurch ein paar Probleme. Da kam bei ihr noch ein Anruf rein. Da musste sie noch Sachen klären. Deswegen musste man dann ab 15 Uhr auch direkt weg. Aber insgesamt hat Pupsi, glaube ich... Wie viel hast du bekommen? Drei? Vier? Ich glaube treu. Pupsi. Okay, also drei Stück hat sie, glaube ich. Wenn wir jetzt mal hier reingucken, sehen wir insgesamt, habe ich also in der 1 Stunde 6, 7, 8, 8 Shinies bekommen. Das ist eben das erste, was ich auch durchentwickelt habe. Wir können jetzt hier direkt auf Bewerten gehen und mal durchscrollen. Das ist auch ein 1 Stern. Das ist 0 Sterne sogar. Das hat auch 1 Stern. Das hat 2 Sterne. Das hat 3 Sterne. Das hat auch 3 Sterne. Das hat auch 3 Sterne. 10, 15, 15. Und das ist auch das letzte. So, für eine Stunde gespielt, finde ich, hat das eigentlich gepasst. Es hat eigentlich Spaß gemacht, muss man sagen. Aber es war wieder das komplette Gegenteil vom letzten Siede. In der letzten Siede habe ich total gehypt danach. Da waren wir noch in Hibu. Sind über den Markt gelaufen. Haben zwischendurch noch Eis gegessen. Das Wetter war Bombe. Die Sonne hat ge... Adi, Schatz. Die Sonne hat geschienen. Es war richtig warm. Es war gemütlich. Heute war es ein bisschen kühl. Es hat die ganze Zeit geregnet. Dann hat es aufgehört, kurz als das Siede angefangen hat. Wir sind ein bisschen gelaufen. Während des Laufens hat es dann wieder mal ein bisschen angefangen. Also, ich habe schon gehört von den meisten. Die sind heute gar nicht raus. Die haben heute gar nicht draußen gespielt, weil denen das Wetter einfach nicht gepasst hat. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Ach so, nach den 100ern muss ich gleich noch gucken. Lässt du meinen Hamburger in Ruhe? Habt ihr heute gespielt? Ja, nein, vielleicht. Wie lange habt ihr gespielt? Wie viele Shinies habt ihr bekommen in eurer Spielzeit? Und habt ihr vielleicht sogar einen Hunderter bekommen? Hunderter kann ich jetzt noch mal kurz nachgucken. Wenn ich hier vier Sternchen eingebe, sehe ich, das letztgefragene Hunderter wäre ein Bidiza. Also, kein Toggetik-Hunderter da. Ich kann für den Stream jetzt einfach mal kurz alles, was hier rumsitzt, noch schnell eintünen. Vielleicht ist da ja sogar noch was dabei. Vielleicht haben wir sogar noch einen Shiny oder irgendwas. Das wäre lustig. Also, lustig wäre es nicht. Das wäre halt normal. Und ansonsten war das eigentlich mein Seeday. Also, für mich war der Seeday, wie gesagt, nicht wichtig. Ich habe einen Hunderter vorher schon gehabt. Mein Toggetkiss auf Level 50 in 100% nutze ich ja die ganze Zeit schon in der Meisterliga. Nehmen das immer extra auch als Buddy, wenn ich in der Meisterliga gerade am Kämpfen bin. Für mich war der also nicht wichtig. Die Bonbons habe ich nicht gebraucht. Shinies habe ich auch nicht gebraucht. Waren auch schon vorhanden. Aber trotzdem wurde auch dieser Seeday von uns bespielt. Mir ist eigentlich egal, welches Pokémon im Seeday ist. Wenn es was ganz Neues ist, freue ich mich natürlich mehr. Wenn es was ist, was als Shiny endlich eingeführt wird, freue ich mich natürlich auch. Aber auch wenn es was Altes ist, was es nicht gibt, spielt man ja, weil man ja dieses Community-Day-Feeling haben will. Die Level-Ups haben auch funktioniert. Wer wissen will, wer alles aufgestiegen ist, der kann sich ja den Stream nachträglich angucken, den wir von 14 bis 15 Uhr gemacht haben. Der ist auch hochgeladen noch auf YouTube. Da könnt ihr sehen, wer alles jetzt Best Friend ist und Hüberfreund und alles andere. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus? Eure Ausbeute, schreibt da rein. War okay, war nicht der Beste, war nicht der Schlechteste. Ich glaube, es gab noch nie einen schlechten Seeday, glaube ich. Obwohl, der allererste mit Pikachu, da habe ich ein Shiny nur bekommen in drei Stunden. Aber das waren ja noch ganz andere Zeiten, hat man auch noch ganz anders gespielt. Dieser Luftballon ist übrigens auch von McDonalds. Das Problem ist, ich hatte nie McDonalds, aber hier ist McDonalds immer genau direkt neben der Wohnung, müsste man sagen. Und um zu stärken, nimmt man sich da öfters mal was mit. Gerade wenn man wegen der Coca-Cola Zero angelockt wird. Das ist ein Cheeseburger. Damit würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und schreibt mal eure Ausbeute unten rein. Das ist auch nix, leider. Und bis morgen im Rates für Zuschauer-Stream. 10 bis, keine Ahnung, je nachdem was morgen los ist. Ciao. Das ist gleich wie meck ist Gott. Das ist gleich wie meck ist Gott.